Tun Sie Ihrem Körper und Ihrer Seele etwas Gutes und nehmen Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag. Als Heilpraktiker für Psychotherapie und erfahrener Meditationslehrer unterstütze ich Sie auf Ihrem Weg zu neuer Kraft und innerer Balance. Das freundliche, entspannte Ambiente meiner Praxis lädt Sie dazu ein, sich komplett fallen zu lassen. Tanken Sie positive Energie. Rufen Sie mich für einen persönlichen Termin ganz einfach an. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.